... ... und blauere Lache. ... an Golfo 1 mit Popper, Albatross, Popper, Popper, Popper. So, das ist ein Allgemeinmachin, ... die Dannen aus der Höre, ... die Einzige von Albeka, ... und ein Allgemischband, ... eine Erziemke, ... die Einzige und der Anfahrt der Richterraum, ... 1,580, ... und 3,580, ... und auch eine Erziemke durch den Schuss. ... ... und wir kommen jetzt in die Stadt und in der Stadt weiter, die wir uns hierin befinden, die Tourbienen von Fokker E-Wein, der Kranche von Fokker E-1 und der Fahrt, die wir hier sind. Hier ist es nur ein Doppeldecker mit geradigen Staate, alles Maschinen aus der Zeit 1910 bis 1919, Das sind Hermann Wirtz und Thomas Bergmann. Das hat er ja richtig vermutet. 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 Vielen Dank. Das hat er ja richtig vermutet. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.